Westküste FM, der Buchtipp, heute von Gabriele Scheller. Arne Riel, Biest, erschienen bei BTB als Klappenbroschur, das Buch kostet 12 Euro. Es handelt sich hier um den höchst ungewöhnlichen Roman einer dänischen Autorin. Zeitlich ist er nicht festgelegt, auch geografisch nicht. Es gibt Autos und Radios. Ich habe ihn für mich in die 60er Jahre in einem Balkanland, vielleicht in Kroatien, verortet. Das Buch entwickelt einen wahnsinnigen Sog. Die Geschichte wird dem Leser von wechselnden Personen erzählt. Da ist Mirko, er wächst auf einem Bauernhof auf und er verehrt Danika, eine junge Frau, etliche Jahre älter als er. Sie bewirtschaftet den Nachbarhof. Danika ist eine sinnliche, schöne Frau mit roten Haaren. Mirko liebt sie heimlich. Er hilft bei ihr aus und wird für sie bald unentbehrlich. Aber alles ändert sich, als Karl auf den Hof kommt. Ein Hühne von Mann. Die beiden werden ein Paar. Wie Mirko mit Leon, dem Kind der beiden, eine Schicksalsgemeinschaft wird, wie es ein fast unauflösbares Band zwischen den beiden geben wird, das ist faszinierend und aufregend geschildert. Es ist ein in Skandinavien hoch ausgezeichneter, mit Preisen bedachter Roman. Wir fangen ganz allein. Die beiden werden wieder in Skandinavien vom Kind kl powstra shel immer schon weiter.